Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. So gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer heisst die Schlampe? Sie heisst Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Ja, aber kann ich dir jetzt später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was? Du bist schwanger. Ja und heute ist es? Oh mein Gott. Ja ich gratuliert. Oh mein Gott. Kann ich dir trotzdem später anrufen? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann bis später. Tschüss. Maiko. Liebe. Ciao. So war das nicht gemeint. Ha. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich. Eher. Oh mein Gott. Ich bin nicht glücklich. Aber du hast du seitens gewinnen. Und wie bist du? Ja, das ist immer noch. Ich bin glücklich. Oder du bin glücklich. Dengagement. Du bist glücklich. Ich bin glücklich. Vielen Dank.